jo leute ich bin es wieder euer DJ Ream und ich heiße es jetzt kommen in Morthau es geht weiter ja ich spiele heute den veteran das ist natürlich ein ordentlicher brachialgestalt wie man so sieht der sieht ja echt böse aus gut der helm ist jetzt nicht gerade mein ding also da hätte ich lieber was anderes auf durch diese kleinen münzschlitze sagen wir mal sieht man ja im prinzip gar nichts aber der ist super stark gepanzert so wie es aussieht also jetzt mal ehrlich holla die waldsee das nämlich mal rüstung vom feinsten platten rüstung co der ganze klickler selbst die beine alles geschützt hier so ein bisschen offen aber ansonsten und zwischen noch ein kettenhemd dazu na herzlichen glückwunsch also ich glaube feil technisch weil ich jetzt nicht damit penetriert armbrust technisch natürlich immer was drin aber ja und die waffe die ich hier habe der die keule damit stacheln also jetzt mal ehrlich wenn ich das ding ganz schön ich bin mal gespannt was raus wie jetzt gehen wir ganz kurz durch ihr seht ganz viel viel rüstung ganz wenig bewegungsmöglichkeit und ja das war's eigentlich auch schon dann gehen wir mal ja ich mag den modus invasion ich habe da nicht keine gute idee also ich finde den modus invasion ganz ganz nice macht spaß macht auch echt spaß also ich kann mich nicht darüber beschweren das ist auch eine schöne zusammenstellung aber ja das ist nur leder warms das sieht aus wie aus der renaissance zeit das heißt das heißt um zuerst von hier oder wie okay wir haben am nächsten beim rennen ich habe gerade geschaut in dem moment auch nicht Oh What? Was it? Was war das denn hier? Kann ich euch nicht verraten, was jetzt schiebt ihr? Ich fahre dran hier noch Hey, hey, was bleibt? Was bleibt? Oh, ich hab das gelassen! Forward! Yeah! Forward! Yeah! Ja! 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 Geh mal nach oben Warte, weiter, weiter Warte mal Das ist ne gute Abkürzung Ja Ja! 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 d ich weiß nicht was ich falsch gemacht ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe Oder will das Game mich jetzt verarschen? Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu dämlich für diesen Narkent, weil ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht verarschen. Oh! Oh, naja, wie das? Wunderlei! Wunderlei! Ich hätte nach diesem verdammten Reiter nicht schicken sollen. Aber ich dachte das wäre einer von der Gegenseite. Mordi! Das ist ein bisschen, ich hab nur den line국 in Bayern. Na ja. until die Kooperation auf jeden Fall. Wunderlei! Merk! Oh Gott, Instrument! Vot. Wir haben erst einen Klang! Der Fall ist ein Klang und Paste! Alter, ich bin zum eigenen, okay? Okay, ich versuchte es heilen. Und er nannte sich King. King, ich hab dir gerade mal deine Hüfte gebrochen. Mann, so schnell mehr. Von der eigenen Hüfte aus, von der eigenen Hüfte aus, von der eigenen Hüfte aus. Oh, was ist das mit meiner Maus? Was ist mit dem passiert? Was hat denn der für ein Problem gehabt? Problem? Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Entweder bin ich zu langsam am Blocken oder mein Charakterfigur ist zu langsam. Ach verdammt, ich hab wieder so'n Cooldown. Ich hatte das. Ich stehe denn in allen, was ich hier existiert? Cooldown einbauen? Oh, was ist das mit meiner Hüfte? Wow! Also, die Jungs da oben sind geübt. Die machen das nicht zum ersten Mal. Alter, wie das viel in mir steckt! Okay, das wird eine scheiß Runde für mich. Das wird zu kacke. Dann noch mal ein bisschen... Ja! Kack! da weil das da ja gut 3 AP guter Typ er schießt gut ich hab kein Schild ich hab keine Schilder Ok, das merke ich nicht. Zuflagen ist eher, eher kein Ziel. Ne, ich wollte schon sagen, nein. Ok, also nicht Zuflagen, wir können dann einfach mal nach vorne drücken. Weil er sagt, ihr müsst die Rolltaste verwenden. Oh, ich will die Rolltaste. Oh, ich weiß, was ich schon. Oh, ich bin die Rolltaste. Oh, ich weiß, was ich nicht. Oh, ich weiß, was ich nicht. Oh, ich weiß, was ich. Yo! Oh Ja Wohlfühlen Ja 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 Scheiße Ich hab erst gedacht, dass wir eigentlich nicht mehr weg haben, der nicht mehr weg ist Okay Ja merkbar, jeder Waffe muss man erneut rausfinden welches Mit welcher kann ich was machen Ja 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 dann klündern und kommst das für mal ne das müssen wir den könig hinlegen dann dürfen wir ja 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 zu früh zu früh zu früh Scheiße was Scheiße was meine Maus ey seht ihr das? und die ist nicht mal empfindlich eingestellt das ist es ja noch mal um ja 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 oh ja neue hallo Bogenschütze Geid. Gott, Master! Oh, okay. So, die Stürmen, Stürmen, Stürmen. Das bemerken werde ich nicht. Oh, oh, oh. Verlauter Nebel sich zu sagen nicht mehr. Ah, wir sind fast da. Wir sind fast beim König. Ah, okay. Das haben sie geändert. Okay, ich brauch gar nicht mehr eine Maul zu drücken. Ich brauch nur die Leertaste. Das ist gut. Das ist gut. Das ist die Verrufung der Sätze. So, jetzt sind wir bald gegen König. Ich brauch nur noch alle richtig gut auf. In dem Moment! Das nervt doch. Das nervt. Das nervt. Das nervt. Wow, keine Alten mehr drüben. Man kann nur drüben. Man kann nur drüben. Da hinten drüben. Das nervt. Das nervt. Ja! 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 Oh! Oh! Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Oh! 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 Ich dachte... Ok! Soweit bin ich noch nie gekommen, also ich hab jetzt schon ein paar mal diesen Kram gespielt, Invasion, aber... ja, ich... soweit bin ich noch nie gekommen. Ohohohoho, ich schoolte! JetztVID garbage geflogen... Sorry! Hey! Das war's für mich. ach komm ich war da drauf ich könnte schwören dass die Spitze jetzt seinen Schädel gerammt hat ja 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 das scheiß gegen Ende macht da nicht nur Platz ey nicht auf meinem Leichnam rumhauen ja ja das war das war jetzt gar nicht mal so schlecht es gibt Leute die machen weitaus bessere Kills als ich ja mir lag er jetzt nicht so ich saß mal so man muss ich musste erst rausfinden was die Waffe kann also zuschlagen ist schon böse aber damit zu stechen ist jetzt auch sehr witzig dass das funktioniert wunderbar ja gut ich hab diese Spitze da dran nicht so richtig gesehen ich seh nur hier seht ihr es dadurch wird das ein bisschen verdeckt ach so ich kann ah ok das ist neu für mich hier hat sich vieles geändert daher vorher konnte ich nicht richtig zoomen ok da hat er eine Spitze dran ja im Prinzip mein persönlich der Veteran ist nicht schlecht äh blocken äh hat irgendwie so ein Intervall drin wie bei manch anderen hier auch schon obwohl er halt ja gut der Hans Mendes ist was anderes gedacht ähm ansonsten ja gefällt mir gefällt mir ist eigentlich ganz nice das Ding also die Charakteristik hier aber ist das nicht mein absoluter Favorit also ich saß mal so den werd ich ab und zu mal noch spielen aber mein Favorit ihr kennt ihn ne der liegt halt nur mal im Fernkampf und ja naja ja dann ich hoffe mal es hat euch trotzdem gefallen ne gut abgerollt hab ich auch noch ne ein bisschen hier extra Kohle gemacht das ist schon ganz nice ähm ja wenn es euch gefallen hat ihr kennt den Text ne äh Like, Kommi oder Abo da lassen das wäre sehr sehr nett das würde mich wirklich freuen und ansonsten ich wünsche euch allen einen wunderschönen Zockertag noch ne halt die Ohren steif da draußen und viel Spaß mit dem Veteranen hier vielleicht seid ihr besser als ich ne wie gesagt ich bin mehr der Fernkämpfer ich ähm ja aber lieber mit dem Fernkampf Waffen Waffen halt deshalb hat mir der hier einigermaßen gut ja ja ich weiß nicht ich kann da wenigstens noch ein extra schmeißen der ging so einigermaßen naja achten der nächste hier wird der hier sein der Sperrträger das wird nicht einfach haha ich bin mein Sperr nicht so gut noch schlechter als mit allen anderen aber gut naja gut ja dann wie gesagt schönen Tag noch und ciao ich bin